Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Light und ja, in dieser Folge werden wir, ich denke, uns erstmal ausruhen, genau, den Tag zu Ende kommen lassen, den wir am letzten Mal, wir haben am letzten Mal ja so ein bisschen gebaut, Kräuter gebaut und so ein ganzes Kram, das finde ich schon mal sehr schön, denn Kräuter ist ja gut, dass wir die jetzt auch an der Basis anpflanzen können, dann brauchen wir die schon mal nicht sammeln oder zumindest teilweise. Trotzdem würde ich die natürlich unterwegs mitnehmen, wenn ich sie finde, aber so, Tag 4, der Schutzraum morgen, trotzdem aber unterwegs natürlich ein paar Sachen mitnehmen, so ist es nicht, da hinten, ich weiß gar nicht, ob die jetzt, sind die jetzt schon gewachsen, aber das stand ja bei täglicher Rückkehr, ne, wenn wir da jetzt zurückkommen, ich glaube nicht, dass da jetzt schon was abzuernten ist, oder? Ne, hier scheint noch nichts dran zu sein, ich weiß noch gar nicht, ich glaube, das wird mir dann auch angezeigt. Ich kann mich hier nicht hinsetzen, oder? Genau, wir haben den Plattenspieler und so, da flackert eine Textur, naja, gut. Aber ich wollte jetzt als erstes erstmal ein bisschen, ähm, quasi, äh, Nahrung holen, Nahrung und so ein Kram und ein bisschen Ressourcenfarming betreiben. Aber nur eine Minute. Ja, könnte man machen, aber nicht jetzt. Ähm, was wollte ich denn gesagt haben? Ich weiß gar nicht, wie man die Leute heilt. Ist das im Baumodus, dass man da irgendwie vielleicht eine Möglichkeit hat, die irgendwelche, äh, Sachen zu bauen? Wahrscheinlich, ne? Weil er ist immer noch verletzt. Ich tatsächlich auch. Müsste mich mal heilen und so. Ähm, so, aber ich würde jetzt gerne erstmal, wo ist hier meine Maus hin? Hallo? Ah, da. Äh, Essensration. Das würde ich tatsächlich mal machen. Verbleibend einen Tag. Die würde ich mir holen. Okay, Munitionslager. La, 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 Verräter ist ja hier so eine Hauptmission. Also, ich würde ihn tatsächlich nochmal in der Basis lassen. Und ihn würde ich vielleicht, ja, hier zum Munitionslager schicken. Um mal zu gucken. So. Und dann legen wir los. Dann schauen wir mal. So, wir gehen jetzt gemütlich Essen holen, damit wir für alle genug Nahrung haben, wenn wir wieder zurückkommen von der Mission. Und ein paar Ressourcen sammeln. Und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt sind, glaube ich, auch Kreaturen wieder unterwegs, weil es neblig war. War doch, glaube ich, so, ne? Wenn neblig ist, sind Kreaturen da. Und wenn, glaube ich, Hubschrauber fliegen, dann sind die Nahr da. Also, die anderen Soldaten. Tatjana, hallo. Und ich finde es krass, dass sie halt auch da gewesen sind, ne? Die Entwickler von Chernobyl Light. Also, vor Ort in, 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 in Pröpiat und so. Ja. So. So. Schauen wir mal, was uns diesmal erwartet. Das letzte Mal war ja tatsächlich, äh, Zentrum von Pröpiat-Nachmittag. Das letzte Mal war ja tatsächlich, ähm, ne Hauptmission gewesen, glaube ich. Also immer diese mit den roten Ausrufezeichen sind immer tatsächlich Hauptmission, glaube ich. Deswegen haben wir da so viel, so viel erlebt. So. Eine andere Karte, eine neue Reise, eine neue Runde. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt drauf los auf das erste Fragezeichen und schauen uns mal um, was uns dort erwartet. Und natürlich habe ich die große Hoffnung, dass wir hier wieder ein paar Ressourcen finden, die wir gut gebrauchen können. Neben den Essensrationen. Wir schauen einfach mal. So. Es spielt sich jetzt schon ganz anders, als wie vor den letzten 15 Folgen. Äh, nachdem ich ja gesagt habe, oh, oh, oh. Komm ich da nicht rein, oder was? Doch, ich komme hier rein. Aber was ist hier? Was ist das denn? Huch. Tatjana. Medikit. Nice. Ich glaube, es war schon das erste Fragezeichen. Kann das sein? Ich glaube, ja. Wir waren hier schon mal. Jetzt sind wir schon ein bisschen her. Wir suchen hier so eine Basis. So. Gucken, dass wir da oben irgendwie hinkommen. Ich gucke mal eben. Mal wo unten weitergehen. Komme ich rauf? Ja, nice. So. Ich glaube, hier unten waren die Kreaturen, ne? Ich bin mal gespannt, ob die immer noch da sind. Mechanische Teile. Sehr schön. Dann können wir wieder irgendwas bauen. So, ich bleibe erst mal hier oben. Uh, noch mehr mechanische Teile. Hallo. Wäre ich doch glatt dran vorbeigelaufen. Viel ist hier noch nicht zu holen. Aber hier ist wieder ein Fragezeichen. Was ist hier? Irgendwelche Rechner? Dokumente? Das Fragezeichen ist aber unten unter uns. Das heißt, wir müssen runter. Okay, alles klar. Das andere auch. Ich gucke aber trotzdem nochmal, ob wir irgendwas finden. Wenn die mehr wir haben, desto besser. Da ist die Base, wo auch schon wieder ein Fähigkeitspunkt. Tausche bei Gefährten Punkte gegen Training aus. Ja, aber wie funktioniert denn das? Das wird mir gar nicht erklärt. Ich habe schon fünf Fähigkeitspunkte, aber ich kann keins nutzen. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir da in Ruhe nochmal schauen, wie das mit den Fähigkeitspunkten geht. Aber das würde mich schon interessieren, weil wenn ich die Fähigkeitspunkte nicht einsetzen kann, bringt es mir ja eigentlich im Prinzip nichts, ne? Das wäre echt schade. So, dann lass mal gucken, dass es noch weiter unten ist. Aber wir bleiben jetzt erstmal auf die Etage. Hier liegt noch was. Essensration, nice. Hallo? Hallo? Wir verforschen die hier was? Da kommen wir nur rein mit dem Dietrich, ne? Ja, ich habe es mir schon gedacht, okay. Wie gruselig das ist, ne? Obwohl das so ein bisschen open-worldiger ist. Schon heftig. Da geht's nach unten. Okay, hier ist eine Waffenkiste, da ist aber nichts drin. Ich glaube, am letzten Mal sind wir hier über das Fenster hier eingestiegen, wenn ich mich recht entsinne. Gut, dann heißt, ich gehe mal nach unten. Denn unten haben wir noch ein bisschen mehr zu entdecken. Aber warum sollte man solche Kreaturen einfangen? Ja gut, da sind sie wieder. Ich denke wegen, ich gehe von aus wegen, ähm, Tests und so. Da kommen wir so nicht rein. Ich denke wegen irgendwelchen Tests ausprobieren. Vielleicht, äh, äh, Kriegswaffen oder so, dass man die vielleicht einsetzt im Krieg oder so. Wie es nun mal immer so ist. Wenn die Mensch halt irgendwie sowas findet. Oh, da ist was. Da ist was zum Sammeln. Kann ich auch so aufnehmen. Das ist gut. Wie es nun mal immer so ist. Wir sind mal eben da rüber. Oh. Da ist einer, der mich sieht. Aber wo? Komm ja nicht zwischen den Büschen lang. Will so wenig Soldaten wie möglich ausschalten. Weil wegen dem Geisteszustand und so. Immer nur Arbeit. Wo bleibt der Spaß? So, da kann man nicht hin, ne? Scannen wir mal eben alles. Hier liegt auch noch was. Da oben war der Raum, wo wir nicht reinkamen. Muss ein bisschen den Überblick behalten. Haha. Alter, sind die eklig. Ich schau mal, da liegt, glaube ich, noch eine Gasmaske, wenn ich das richtig sehe. Weiß doch nicht, wie wir da hinkommen. Ich schau jetzt erst mal hier. Da vielleicht die Tür? Nein, okay. Gut, dann, ähm, das könnte außen sein. Schau mal eben, wie in der Gasmaske. Wundert mich, dass es hier nicht bewacht ist. Ah, nee, Mechanik-Teile, okay. Das könnte eine alte Schule sein. Hm. Okay. So. Wie gesagt, jetzt erst mal so ein bisschen Nahrung und Ressourcen. Außen sammeln. Oh, guck mal eine an. Hätte ich doch beinahe übersehen. Und hier weiß ich, war man beim letzten Mal auch wachen gewesen. Das ist verdammt ruhig hier alles. Da ist noch ein Fragezeichen. Genau da. Da müssen wir hin. Das heißt, ich gehe jetzt erst mal hier unten nochmal gucken. Hier das Ding und dann würde ich zum Fragezeichen fitschen. Das ist verdammt ruhig hier für so eine Basis. Also kaum Soldaten aktuell. Aber wie gesagt, damals, wo wir es gespielt haben, waren hier auf jeden Fall Soldaten am patrouillieren. Kann natürlich sein, dass es bei jedem Durchlauf natürlich ein bisschen anders ist alles. Hier ist irgendwas drin. Wo haben wir denn hier rein? Sag mal. Okay. Das war, glaube ich, schon das Fragezeichen hier. Forschen aber auch mit Menschen und alles, ne? Was ist das denn da? Toll, wo liegt das denn? Das habe ich doch vorhin schon gescannt. Also ich weiß nicht, was er macht. Was er im Bauch reibt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, die neuesten IMAX hier am stehen. Cool. Ah. Uh. Da steht jemand. Zwei Stück sogar, glaube ich. Wird vorne einmal Ressourcen, einmal holen. Vorne sind hier. Hier vorne war ja irgendwas gewesen. Na, wo war denn das? War das das hier? Ne, da. Wollte ich mir gerade sagen. Da ist auch noch was. Hupah. Oh. Fuck, hier sind doch welche. Ich würde den halt nicht umlegen. Ich würde den halt gerne einfach nur schlafen legen. Wenn wir schon einmal hier sind und die Möglichkeit haben, halt hier in so einem Camp zu verweilen, dann nehme ich auch alles mit, was wir kriegen können, ne? Oh. All right. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. So, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier die Typen jetzt hier nicht aufscheuchen, die hier waren. Da komme ich bestimmt nicht dran, weil die genau davor stehen. Die stehen genau vor der Kiste. Hier ist aber auch noch eine Frage, sage ich nicht, aber die stehen genau vor der Kiste. Ist natürlich echt schlecht. Die kriege ich auch nicht weggelockt. Ansonsten könnte man hier oben vielleicht nochmal ein bisschen gucken, was hier oben ist. Bevor wir jetzt hier unten hingehen zu dem hier. Das heißt, wir müssen Richtung, die Richtung müssen wir, ne? Genau. Wie gut und wie weit die einfach hören können, das ist unfassbar. Aber wir haben schon ordentlich was gesammelt. So ist nicht. Also. Und wir finden sogar noch mehr. Das ist natürlich nice. Ist ja auch noch was. Oh, ist das ein Gebäude. Hallo. Waren wir hier schon? Oder kommt zu uns. Fuck, 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 fuck. Shit. Oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit. Okay, kommen wir nach oben. Nice. Oh, da sind noch so viele Ressourcen. Oh, da liegt eine AK drin. Aber die haben wir ja schon. Ui. Ausknacken. Ja, toll. Hier unten ist noch was. Vielleicht können wir uns runterfallen lassen. Schauen wir mal. Ja, nice. Das hat er natürlich gehört. Nebenan ist noch was und dann würde ich direkt losdüsen. Faktisch steht da. Ich würde die zwei Sachen noch mitnehmen und dann würde ich abhauen. Okay. Wo müssen wir hin? Okay. Nach rechts unten. Warte mal. Sachen nehme ich auch noch mit. Wenn wir schon einmal hier sind. Bevor der jetzt eine Route erinnert. Okay. Okay, ganz ruhig. War das nicht so, dass bei Nebel mehr Monster kommen? War nicht die Aussage so gewesen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Vorne muss ein Gebäude kommen gleich oder so. Oder was auch immer das ist. Okay. Die Haltestelle ist auch noch was an der Straße. Alter, wie nebelig das einfach hier ist. Ah, da haben wir da oben noch was gesehen. Ah, da haben wir da oben noch was gesehen. Elektrik-Teile auch gut. Das ist, glaube ich, die Hütte hier, die auf der Karte verzeichnet ist. Gut, dann gehen wir jetzt mal die Richtung, wo wir müssen. 110 Meter. Und dann sind wir gleich da. Verdammt ruhig gerade, ne? Da sind noch Sachen. Chemikalien und brennbare Teile und Mechanik-Teile nochmal. Da liegt auch noch was. Da guck mal eine an. Ich mag das einfach, dieses Rumlaufen hier. Und das ist halt so cool. Ich würde halt echt in, in, in Wirklichkeit halt auch gerne mal da, äh, Tjernobyl bereisen. Oh, fuck, ich bin fast tot. Fuck, ich bin fast tot, äh. Heilung war auf der 8, ne? Nee, auf der 6. Okay, oben haben wir jetzt sogar Suchen stehen. Guck mal. Wusste ich gar nicht. Ist auch neu. Gab's vorher auch nicht. Oh, die hauen aber ganz schön rein jetzt mittlerweile, die Kollegen. Alter Schwede. Alter Verwalter. Wir haben aber, puh. Ich hab auf der 2 die Waffe, ne? Genau. Ich muss die mal auf, äh. Ich muss die mal auf die 1 packen oder so. Äh. Und den, und den, und den, und den hier muss ich mal irgendwie auf die, keine Ahnung, für 7 packen oder sowas. Die suchen immer noch. Weiß zwar nicht, wo sie sind. Der kam aber auch so unerwartet auf einmal. Aber dieser Geisteszuschalt eigentlich jetzt gelitten? Ich weiß es gar nicht. Ich würd sagen, wir verschwinden auch direkt. Ähm. Die 3. Und hinein. Und dann schau ich doch mal mit dem, mit dem, mit dem Leveln. Wie das mit dem Leveln ist, der, der Charaktere, also die Fähigkeitspunkte. Wie man die einsetzen kann, verstehe ich halt nicht. Oder brauche ich da auch erst irgendwie eine spezielle Werkbank oder so dafür. Irgendwie blicke ich da noch nicht so ganz durch. Ja, mal schauen. Stand da gerade Oliver gesund? Oh ja, cool. Also er heilt sich auch dann. Okay. Erfolgreich. Oh, er ist erfolgreich wiedergekommen. Nice. Der hat Munition, glaube ich, gebracht, ne? Und irgendwie so eine Platte. Sehr schön. Das heißt, jeder kriegt auf jeden Fall eine... Ja, ich würd sagen, erst mal eine normale Ration kriegt jeder. So. Annehmen. Oh. Produziert im Lager? Nice. 16,2. Gucken wir gleich mal nach. Aber erst mal würde ich mich einmal heilen. Das heißt, sprich, ich würde einmal die Salbe nehmen. Äh, Antistrahlungssalbe würde ich einmal verwenden. Damit die Strahlung weg ist. Dann würde ich mich auch einmal komplett heilen. Das heißt, ich würde nochmal einmal eben was herstellen. Obwohl, ein Medikit haben wir, ne? Jetzt hab ich eine Beruhigungssalbe nochmal hergestellt. Und mal eine Heilsalbe. Und dann nochmal zweimal herstellen. Und dann nochmal zweimal so eine... Anti... Das ist für die Psyche, ne? Oder? Ja. Die müssen wir auch nochmal herstellen hier. Zweimal am besten. So. Das würde ich einmal hier mit reinpacken. Aufteilen können wir gleich. Gasmaske kommt auch erstmal hier rein. Die Gasmaske hier auch. Rot kommt auch da rein. Ansonsten teilen wir die ganzen anderen Sachen auch erstmal wieder auf. Hier Munition. Keramikplatte hat er mitgebracht. Ach, guck mal einer an. Wir brauchen so viel... Wir haben schon so viel Platz jetzt wegen den Waffen, ne? Verbraucht. Ein Medikit haben wir dabei. Auch nochmal Munition. Schrotpatronen. Schrotpatronen haben wir auch. Die haben wir hier. Warum wir die hier haben, weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal ein Lager bauen. Ein weiteres. Warte mal. Können wir noch ein Lager bauen? Ne, das war bei... Hier war das, glaube ich, ne? Ja. Einen größeren Schrank können wir jetzt auch bauen. Das war, glaube ich, der größere, ne? Ich glaube schon. So, pass auf. Dann würde ich mal eben ganz schnell die Waffen und so in den größeren, glaube ich, packen. Das würde ich mal eben machen. Ja, hier geht, glaube ich, ein bisschen mehr rein. Warte mal, wollen wir denn... Haben wir denn in dem anderen noch, äh... Schrotpatronen? Genau, die kommen auch mal eben rüber. Müssen wir eben hier alles umlagern. So, eins, zwei. 30 würde ich gerne behalten. 30 sind, glaube ich, ganz gut. Der Rest geht rüber. Das Gewehr geht auch rüber. Erstmal mit dem Gewehr. Ja. Mission kann auch rüber. Kann auch rüber. 19 Schuss haben wir für die Kalaschnikow nur. Schrotpatronen. Können auch rüber. So, die Keramikplatte und das Glas. Dings behalte ich. Keramikplatte kann hier rüber. Hier ist auch nochmal Munition. Metallplatte, die Glas kann... Das Glas kann auch rüber. So, dann haben wir das... Dann haben wir hier nochmal ein komplett lieres Lager für andere Sachen. Aber hier ist der Waffenschrank dann. Dann wissen wir, dass hier der Waffenschrank ist. Ich weiß gar nicht. Den umbenennen können wir den leider nicht, ne? Äh, nehmen, platzieren, übertragen. Gut. Ähm, Kalaschnikow. Ja, ich bleib jetzt erstmal dabei. Ähm, was wollten wir gemacht haben? Mich heilen, ne? Genau, ich wollte mich einmal heilen. Äh, das mach ich einmal mit der... Ah, hier haben wir noch Essens und... Warte mal, das kann alles rüber in den anderen Schrank. Beziehungsweise, hier machen wir mal die ganzen Heilungssachen hin. Und hier machen wir dann vielleicht so Sachen, die wir brauchen. Irgendwie so. Ähm, Heilsalbe. Pass auf, ich nehm mal eben ein bisschen was. Verwenden. Mal gucken, wie viel Heilung wir haben. Noch nicht ganz voll. Ich heil mich noch einmal. Und stabilisiere auch nochmal eben meine Psyche. Dann sind wir einmal komplett voll. Dann will ich das wieder reinpacken. Und... Das ist die Salbe. Hier nehm ich auch mal einmal... Einmal ne Tablette reinschmeißen. Und schon geht's meiner Psyche wieder besser. So. Brot packe ich auch wieder rüber. Hier sind Essenssachen. Und, äh... Wieviel haben wir denn da? 3,4? Nicht viel. Wir sollten auf jeden Fall definitiv nochmal nach Nahrung gucken und gehen. Und jetzt gehe ich nochmal einmal schnell hier nach Dings schauen. Warte. Wird das automatisch geerntet oder wie ist das? Ich schau mal eben. Achso, ne, das war Dings. Wer stellt sich denn eine Puppe ins Lager? Wie gruselig. Ähm, wo war denn das? Ist das hier gewesen? Da. Eine Kiste, äh, voller Erde, die beliebtes Kräuter Tschernobils ausgesät wurde. Produziert täglich bei deiner Rückkehr in die Basis eine kleine Menge Kräuter für deine Tasche. Produziert täglich eine Rückkehr in deine Tasche? Lalalala. Okay. Produziert aber automatisch anscheinend, ne? Produziert, glaube ich, automatisch, sobald man wiederkommt, glaube ich, automatisch ins Inventar rein. Das ist ja ganz cool dann, ne? Glaube ich zumindest. Oh, hier ist auch nochmal Brot. Müssen wir mal so ein bisschen drauf achten beim nächsten Mal. Ich sortiere mal ein bisschen hier. Hey. Nein, nicht übertragen. So, dann haben wir das ein bisschen sortierter hier. Dann haben wir da ein bisschen so ein bisschen den Überblick darüber, was wo was ist. Und das Brot packe ich nochmal eben rüber zu essen. Gut, dann haben wir 15,6. Okay, ich dachte schon, hat der gar kein Brot geholt oder haben wir gar keine Nahrung geholt. Ja, äh, ansonsten, genau, ich wollte wegen den Fähigkeiten nochmal gucken. Wie kann ich denn hier jetzt die... Du hast gelehrt, eine geneffizienter... Ja, aber wie, 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 wie... Trainiere ich denn hier Training? Wie trainiere ich die denn? Das geht bei mir gar nicht. Oder muss ich mit denen quatschen dafür? Ach so, ja, 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 genau. Verbesser deine Waffenbedingungen. Ja, ja. Ja, ja, aber man kann jetzt nicht irgendwie... Wo kann ich die denn aufwerten? Die Jungs und Mädels hier. Das Kraftwerk, alter Schwede. Zwei von fünf, TeamMegler versammelt. Werkzeuge erhalten, null von fünf. Ermittlung durchgeführt, null von vier. Hier stehen alle Schritte, mit denen man das Kraftwerk betreten und Tatjana retten kann. Das ist unser Ziel. Ich muss mich gut vorbereiten, wenn ich erfolgreich sein will. Und Tatjana retten kann? Also ist es schon sicher, dass sie noch lebt? Spoiler! Spoiler Alert! Ja gut, aber... Ich weiß, also mit den Fähigkeiten habe ich keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mich da nochmal einlesen, wie ich die Fähigkeiten level. Muss ich nochmal gucken. Gut, ich würde sagen, wir gehen in unsere kleine Kaschemme und würde sagen, am nächsten Mal gehen wir schlafen und dann sehen wir uns wieder bei Tschernobyl-Light. Dann seid ihr wieder dabei. Also macht's gut. Tschüss!